Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Mass Effect 2 in der Collectors Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zu dieser Collectors Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mass Effect 2, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, das ist das Spiel Mass Effect 2 in der Collectors Edition für die Xbox 360. Wir haben hier auf dem Cover das klassische N7 von Mass Effect. Das Ganze ab 18 Jahren freigegeben und dann lesen wir hier noch Bioware und EA. Auf der Seite das Ganze so, also auch hier wieder Mass Effect 2 und Collectors Edition. Rechts genauso und auf der Rückseite sehen wir, was uns hier erwartet. Also, mit Überlebenden wird nicht gerechnet. Auf vielen Welten werden komplette menschliche Kolonien ausgelöscht. Als Commander Shepard ist es eine Aufgabe, das schlagkräftigste Team der Galaxie zusammenzustellen und das Unmögliche wahrzumachen, die Menschheit zu retten. Die Mission gilt als aussichtslos, beweise das Gegenteil. So, dann haben wir hier noch Fotos und Infos, was sich hier drin befindet. Also, die Collectors Edition beinhaltet die Vollversion von Mass Effect 2, 48-seitiges Hardcover Artbook, das Limited Edition Mass Effect Redemption Comic, exklusive In-Game Collectors Edition Waffe und Ausrüstung, oder und Rüstung, Bonus-DVD mit hinter den Kulissen und Making-of-Videos, Limited Edition Cerberus Network Card, die Zugriff auf Bonus-Inhalte ermöglicht. Okay, dann hier wieder Infos, technische Details, Barcode, gut, gut, gut. Das Ganze ist hier so ein Pappschuber und hier können wir dann den Inhalt raus machen. Der Schuber ist jetzt leer und wir haben hier zwei Teile drin. Also, wir haben hier einerseits das Steelbook und dann haben wir hier noch so eine Hülle aus Papier oder Karton mit Bonus-Inhalten. Wir starten erstmal mit dem Spiel an sich, kommt hier in Steelbook. Auf dem Cover haben wir hier Commander Shepard, auf der Seite wieder beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir hier so einen Gegner, einen Außerirdischen, der ziemlich mies aussieht hier, mit seinen vier Augen. So, dann schauen wir mal rein. Wir haben hier insgesamt drei Disks. Auf der rechten Seite haben wir die Disks zum Spiel, also Disk 1 und Disk 2 hier beschriftet. Und auf der linken Seite haben wir dann hier die Bonus-Disk und hier befindet sich dann eben das Making-of und so weiter. Okay, so, dann haben wir das Booklet. Hier, das alles erwartet uns. Und dann haben wir hier die Infos zum Spiel, Steuerung und sonstige Hilfen. Was wird uns hier am Bildschirm angezeigt, wie funktioniert das Ganze. Was mich etwas überrascht, ist, dass das Booklet hier wirklich in schwarz-weiß gehalten wurde. Also die ganzen Fotos hier in schwarz-weiß, das ist ungewöhnlich in meinen Augen. Okay, ja, also alles mögliche hier mit dabei und hier kann man sich noch registrieren. Okay, wir packen das Steelbook wieder zur Seite und machen weiter mit den nächsten Inhalten. Die kommen hier. So, was lesen wir hier? Das Ganze ist Classified, Cerberus Network Personal Only, Mass Effect 2 Collectors Edition. Gut, also hier geht das auf. Und dann kommt uns hier direkt mal diese Cerberus Network Karte entgegen. Status aktiviert, also so eine Kunststoffkarte. Dann geht es hier weiter mit dem Comic, Mass Effect Redemption und dann hier noch das Artbook im Querformat. Okay, mehr gibt es hier nicht. Dann machen wir hier mal wieder zu und kommen als erstes zum Comic. Das sieht so aus, also hier lesen wir From the Lead Writer of Mass Effect 2, Mass Effect Redemption, Dark Horse Comics, McWalters, John Jackson Miller und Omar Francia. Okay, dann blättern wir uns das mal durch. Also hier geht es los. Und hier startet dann direkt das Ganze. Also ihr seht, das ist doch deutlich farbenfroher als das Booklet. Und hier gibt es auch natürlich jede Menge Sprechblasen, wie es sich gehört. Der Comic ist auf Englisch, wie wir sehen können. Trotzdem, wie wir hier die deutsche Version haben, haben sie hier die Inhalte englisch gelassen. So, also hier wird ziemlich viel gekämpft oder herumgeschossen. Aber es gibt natürlich auch friedlichere Szenen, wo einfach nur gelabert wird. Ja, das war es damit. Es gibt natürlich auch weitere Sachen hier von Mass Effect. Entsprechend hier so Bücher. Gut, soweit zum Comic. Und dann haben wir hier noch das Artbook. Das kommt hier im Querformat. Ist so ein Hardcover-Buch. Ich glaube, hier gibt es weniger zu lesen. Dafür umso mehr anzuschauen. So, also es geht hier mal los. Hier haben wir einen kurzen Einleitungstext. Heroes und Villains. Also die Helden und die Bösewichte. So, dann haben wir hier unser Team. Ah doch, ein bisschen Text ist dann doch immer dabei. Dann haben wir hier so die einzelnen Charaktere, die wir in unser Team aufnehmen können. Und hier geht es dann los mit Alien-Lebensformen. Ja, und das sind dann die Gegend, die wir so antreten. Alien Worlds. Also die fremden Planeten. Beziehungsweise generell so die Umgebungen, die Städte. Da gibt es ja echt eine Vielzahl von Planeten zu bereisen. War ja auch schon im Teil 1 so, dass man hier jede Menge Auswahl hat, wo man spielen möchte. So, die Fahrzeuge. Die Normen, die. Und die Waffen. Gut, das war es soweit mit diesem Artbook. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Premium, in dieser Collectors Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook im Querformat. Dann haben wir das Comic-Heft Mass Effect Redemption. Die Cerberus Network Card. Auf der Rückseite haben wir hier einen Code, den wir eingeben können. Diese Inhalte, diese drei Stück, kommen hier in dieser Papphülle. Und dann haben wir natürlich auch noch das Spiel an sich im Steelbook mit zwei Game Discs und der Bonus Disc. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Collectors Edition Mass Effect 2. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel, beziehungsweise der Collectors Edition. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Mass Effect 2 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Passt auf euch auf. Vielen Dank.